Emmerich Hannus, eigentlich Emmerich Hannus, war ein österreichischer Filmregisseur, Schauspieler, Drehbuchautor und Filmproduzent sowohl zur Zeit des Stumm- als auch des Tonfilms. Leben Emmerich Hannus begann seine Filmkarriere im Stummfilm 1913 als Schauspieler in U. A., Der andere, und Die schwarze Natter, und war ab 1915 auch als Regisseur tätig. Er brachte unter anderem die Werke des Volksdichters Karl Schönherr als Mitautor mit Schönherr und Regisseur von Erde, und Glaube und Heimat, auf die Leinwand. Im Mai 1923 gründete er mit dem Kaufmann Theodor Kohn die Emmerich Hannus-Filmgesellschaft M. B. H. Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich zog sich Emmerich Hannus im Gegensatz zu seinem Bruder Heinz, der auch der NSDAP beigetreten war, vom Film zurück, mit der einzigen Ausnahme einer Nebenrolle in E. W. Emus, Liebe ist zollfrei, im Jahre 1941. Stattdessen arbeitete er als Bankier. Seine langjährige Kollegin Elfie von Dasanowski meinte diesbezüglich in einem Interview mit der Wiener Zeitung im Jahr 1999. Leider verhinderte also politische Ideologie eine Zusammenarbeit zwischen den beiden. Ein solches Zusammenkommen von wunderbaren Filmtalenten hätte den österreichischen Film dominiert, wie Luise Kolm und Jakob Fleck es im Stummfilm getan hatten, oder es hätte sogar zu einem wienerischen Ebenbild zu Hollywood's Warner Brothers führen können. Emmerich Hannus betrachtete die Wiedergeburt Österreichs nach dem Zweiten Weltkrieg als eine mögliche Wiedergeburt seiner Filmkarriere. Er hoffte die Rolle, die sein Bruder in der ersten Jahrhunderthälfte im Film gespielt hatte, in der zweiten Jahrhunderthälfte einzunehmen. Sein erstes Projekt nach dem Krieg war, Seine einzige Liebe, im Jahre 1946 eine Schubert-Erzählung, die von der kurzlebigen, Royal-Film produziert wurde, und bei der er Regie führte. Neben seiner Arbeit als Drehbuchautor von »Glücksmühle« schrieb und inszenierte Hannus auch »Märchen vom Glück« und das Drama »Dr. Rosin« unter dem Pseudonym »Arthur de Glace. Als Schauspieler war Emmerich Hannus auch in Filmen zu sehen, die er selber produzierte. In solchen Fällen gab er sich kleinere Nebenrollen. Die Tatsache, dass er die Schauspielerei nie ganz aufgegeben hatte, machte ihn zu einem beliebten Studiochef und Regisseur, da er verstand, wie man mit dem Ego der Schauspieler umzugehen hatte. Auch nach der Einführung des Tonfilms war Hannus im Herzen ein Stummfilmregisseur geblieben, da die Regie für ihn immer weitaus wichtiger als der Dialog war. Hannus' letzter Film »Die dramatischen Erlebnisse eines genialen Wiener Arztes«, der in den Opiumhandel um die Jahrhundertwende verwickelt wird. Der epische Film beinhaltete wenig Dialog, aber aufwendige Kulissen, denn Hannus ging gerne über die Möglichkeit des Belvedere Studios hinaus und hätte am liebsten eine »On-Location« Kunst entworfen, in der solche Lokalitäten wie Paris, Marseille, Chicago und Shanghai in das Belvedere-Atelier und in die Wiener Landschaft übertragen worden wären. Er verfügte jedoch als einer der wenigen noch die Anpassungsfähigkeit und Fantasie der frühen Filmproduktion und benutzte seine einmaligen Fähigkeiten, um auch trotz der bescheidenen Möglichkeiten einen faszinierenden Film herzustellen. Elfi von Dasanowski, mit welcher er 1946 die Belvedere-Film gründete, beschrieb ihn als »liebenswürdige und zurückhaltende Persönlichkeit«. Er wurde am Wiener Zentralfriedhof bestattet. Emmerich Hannus ist der Bruder von Heinz Hannus, mit dem er Zeit seines Lebens in brüderlicher Konkurrenz stand.